NATO-Flugzeug verletzte österreichischen Luftraummassiv C-17 sank über dem Attersee auf 1.000 Meter herab. Zwei Eurofikter eskortierten das Flugzeug aus dem österreichischen Luftraum heraus Wien, eine C-17 der NATO mit einer gültigen Überflugnehmigung hat am Freitagvormittag den österreichischen Luftraummassiv verletzt. Wie der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Michael Bauer, der APA sagte, sank das Flugzeug über dem Attersee im Salzkammergut von der vorgeschriebenen Flughöhe von 10.000 bis 11.000 Metern auf 1.000 Meter hinab. Die Maschine wurde daraufhin von zwei Eurofiktern aus dem Flugraum eskortiert. Der österreichische Luftraum werde Bauer zufolge zwar 30 bis 50 Mal im Jahr verletzt, eine derartige Abweichung von der vorgeschriebenen Flughöhe habe es zumindest in den vergangenen 20 Jahren nicht gegeben. Bauer sprach von einer massiven Gefährdung für die Luftfahrt. Das Flugzeug habe sich wie ein Geisterfahrer auf einer Autobahn verhalten. Punkt wieso der Pilot so tief über den Attersee flog, ist noch unbekannt. Er dürfte noch nicht einmal gelandet sein, sagte Bauer. Der Sprecher ging aber davon aus, dass der Vorfall ein diplomatisches Nachspiel haben werde.